Hallo, liebe Zwillingen und herzlich willkommen zu einer neuen Legung hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute die kommenden drei Monate für dich an. Und was ich nicht gesagt habe, gerade bei euren Luftkollegen, den Wassermännern, ich nehme heute, wenn nicht heute, aber für diese Reihe der Sternzeichenlegungen, für jedes Sternzeichen, ein eigenes Tarot. Und ich arbeite heute für euch mit dem Telematarot. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Habe ich auch früher sehr, sehr häufig benutzt. Ich glaube, vor zwei Jahren war das so eines meiner Favorites hier. Ja, gerade eben bei den Wassermännern haben wir das Magic Soul Tarot genutzt. Von wem wohl? Von Julia Aurelia. Anyway, oh Gott, die sind so stiff. Die kann ich so gar nicht mischen. Wow. Gott, was ist denn das für eine Dicke hier? Habt ihr das gerade gesehen? Oh, hier hat sich eine Karte eingeschlichen vom Leitzieher-Tarot. Die lassen wir hier. Einmal natürlich, weil ich sie gleich wieder ins Leitzieher-Tarot reinpacke. Das Licht- und Schatten-Tarot, aber auch, weil sie natürlich in diesem Moment eine besondere Bedeutung für uns hat. Diese, nein, keine rausgefallenen. Die sind so hart, die Karten. Das ist echt krass. Sie haben eine unfassbare Dicke. Diese Legung kannst du anschauen, falls du die Zwillinge im Sonnenzeichen, Mond, Asstendenten oder der Venus hast. Willkommen auch an die Crosswatcher da draußen. So, wir starten mit dem Buben der Kelche. Dann haben wir die Acht der Kelche, die Sonne. So, Moment. Dann haben wir die Acht der Münzen. Sehr viel Entwicklung aktuell. Entwicklung und Bewegung, auf die du gefühlt lange gewartet hast. Dann haben wir die sieben der Münzen, den Teufel, Eremit, zwei der Kelche, sechs der Kelche. Fünf der Schwerter, da ziehe ich eine Zusatzkarte. Der Tipp, am unteren Kartenraum haben wir die Königin der Schwerter, Zusatzkarte. Okay, das gibt uns mehr Informationen. Da haben wir dann die Gerechtigkeit. Lass uns einmal umdecken, was haben wir hier? Ach, das gibt es doch nicht. Die sieben der Schwerter. Witzig. Wortspiel für alle, die das Tarot kennen. Die sieben der Schwerter haben sich eingeschlichen. So, dann packen wir die Karte mal hier hin. So. Starten wir. Sieben der Münzen in der Vergangenheit. Mit den sieben der Münzen in der Vergangenheit kann es sein, dass du zum einen eine Situation, dein Leben oder einen Lebensbereich genauer unter die Lupe genommen hast und dich gefragt hast, lohnt sich das hier noch? Lohnt sich das? Sollte man weiter in diese Richtung investieren? Sollte man weiter Zeit, Arbeit reinstecken in eine Angelegenheit, in eine Situation? Lohnt sich das im Sinne von, wird sich das auszahlen? Werde ich hier die Früchte meiner harten Arbeit oder meiner Geduld ernten? Geduld ist durchaus was, was wir alle lernen dürfen, aber manchmal ist es dann auch wichtig, herauszufinden, wann es vielleicht vorbei ist mit der Geduld und wo man sagt, okay, jetzt entscheide ich mich hier nochmal neu, jetzt entscheide ich mich um. Und das ist eine Deutung hier für diese Karte in der Vergangenheit für dich. Die sieben der Münzen kann auch darauf hindeuten, dass eine Situation irgendwie, ja, doch länger gedauert hat, als ursprünglich gedacht und dementsprechend in der Essenz du Geduld lernen musstest. Was ich immer sage mit dieser Karte ist, dass es manche Dinge gibt, die wir nicht beschleunigen können. Das sind so die natürlichen Zyklen des Lebens und du kannst, wenn du das Feld, den Weizen siehst, den auch nicht im Frühjahr ernten. Das ist so diese Zeit von, okay, Dinge wachsen, Dinge entwickeln sich, aber es ist noch nicht ganz an der Zeit, jetzt die Ernte einzuholen. Du könntest hier in der Vergangenheit, sage ich mal, in dieser Wartezeit gewesen sein. Du wartest auf die Ernte, auf die Erntezeit hier. Du könntest auch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben für etwas und so ein bisschen versucht haben, abzuschätzen, wann dieser richtige Zeitpunkt ist. Du bist aktuell sehr fokussiert auf die Sonne. Wir sind ja hier in den kommenden drei Monaten, ab Zeitpunkt, wo du das Video schaust. Mit dem Buben, der, gehen wir da gleich rein, weil ich erstmal auf den Fokus gehen möchte. Der Fokus ist, für deine kommenden drei Monate, was macht dich wirklich glücklich? Es kann sein, ein sorgenfreies Leben. Die Sonne kann für Sorgenfreiheit stehen. Vielleicht bist du auch gedanklich recht positiv und recht optimistisch und recht sorgenfrei. Du könntest allerdings auch sehr darauf fokussiert sein, was dich jetzt glücklich macht. Vielleicht auch fokussiert sein, ein sorgenfreieres Leben zu leben, ein bisschen mehr Leichtigkeit zu leben. Oder alternativ dazu auch das Thema Erfolg. Die Sonne kann für Erfolg stehen und so kann es sein, dass dein Fokus jetzt das Thema Erfolg ist. Und Erfolg muss ja nicht immer nur im Finanziellen sein. Was ist der Aspekt oder das Ziel in deinem Leben, was du erreichen möchtest? Letzten Endes, Erfolg bedeutet für mich persönlich, dass du die Ziele, die du dir setzt, erreichst. Also welches Ziel hast du oder welches Leben möchtest du führen, welche Lebensqualität möchtest du führen und das quasi zu erreichen und dich wirklich glücklich zu fühlen, könnte gerade dein Fokus sein. Buben der Kelche sagt mir, du könntest zum einen jetzt gerade oder jetzt die nächsten drei Monate nutzen, um zu schauen, in welche Situationen, Angelegenheiten oder Beziehungen du deine Emotionen und Gefühle investierst. Hey, lohnt sich das, wenn ich mich da emotional involviere? Lohnt sich das, wenn ich mich da emotional investiere in die Sache, in die Angelegenheit? Das ist eine Sache mit dem Buben der Kelche. Es kann aber auch sein, dass es hier einen emotionalen Neuanfang gibt, ein neues Kapitel startet, was dich sehr glücklich macht, wo du sagst, oh, dieses Kapitel, wenn ich mich hier auf die Reise begebe, das könnte mich potenziell sehr glücklich machen oder erfüllen oder oh, vielleicht ist es die große Liebe. Was ganz spannend ist, weil wir als Herausforderung die Acht der Kelche haben. Warum ist das spannend? Weil die Acht der Kelche, mit den Acht der Kelchen geht es darum, etwas hinter dir zu lassen und es könnte dir schwer fallen, etwas hinter dir zu lassen. Etwas hinter dir zu lassen, was dich vielleicht mal glücklich gemacht hat, jetzt vielleicht nicht mehr so. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Hey, wenn ich mich auf diese Reise begebe, ob im wahrsten Sinne des Wortes oder metaphorisch, habe ich das Gefühl, ey, das könnte wirklich das Ding sein, was mich glücklich macht, was mich glücklich macht und erfüllt, wenn ich Ja zu diesem Neuanfang sage. Gleichzeitig fällt es mir aber auch schwer, Altes hinter mir zu lassen. Ein Umzug einer Reise könnte ebenfalls dich vor gewissen Herausforderungen stellen. Der Bube der Kelche, gehen wir nochmal drauf zurück, weil die Buben sind vielseitig. Mit dem Buben der Kelche kann es auch sein, dass eine Nachricht oder ein Angebot reinkommt. Eine emotionale Nachricht, eine emotionale Botschaft kommt rein. In der Regel würde man sagen, mit dem Buben der Kelche, das erfreut dich, das macht dich glücklich. Oder ein Angebot, das könnte auch wiederum beruflicher Natur sein, etwas wird dir geboten, was dich glücklich macht. Vielleicht ist aber irgendwas in der Ferne, ach, der Kelche. Man muss etwas hinter sich lassen, um auf die Neuen der Kelche zuzugehen, um auf das Glück zuzugehen. Und es könnte sein, dass dir zwar etwas geboten wird, das vielleicht aber in der Ferne. Und du sagst, ja, es ist eine Herausforderung, jetzt das hinter mir zu lassen, um vielleicht dieses Angebot anzunehmen. Wie geht es dir emotional? Wir haben die Acht der Münzen hier. Ich habe das Gefühl, du bist recht pragmatisch auf gewisse Art und Weise unterwegs. Acht der Münzen ist eher so dieses, fast schon so ein bisschen trocken. Okay, da muss man jetzt irgendwie daran arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass du bereit bist, deine... Und das ist auch wieder spannend, weil wir das hier gerade hatten. Da sind die Sieben der Münzen, hier ist die Acht der Münzen. Du bist gefühlt in den kommenden drei Monaten bereit, mehr Zeit und Arbeit und Energie in eine Sache zu stecken oder in einen Lebensbereich zu stecken, um gefühlt a. etwas erfolgreich zu machen, b. etwas zu erreichen, worauf du dich vielleicht lange hingearbeitet hast. Das heißt, auf gewisse Art und Weise bist du hier emotional involviert, weil hier die Emotionen liegen. Und es gibt etwas, wo du emotional involviert bist und dafür arbeitest, da jetzt Zeit und Energie rein investierst. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, worauf du dich lange hingearbeitet hast. Das ist vielleicht etwas, was du schon lange wolltest, was du dir lange schon gewünscht hast. Und jetzt steckst du Zeit und Energie in diese Sache rein. Wir kommen dann allerdings nochmal hier zum Teufel. Das heißt, es kommt nochmal etwas auf dich zu zum Thema Abhängigkeit. Oder zum Thema, also es kann sein mit dem Teufel A, dass natürlich Schattenthematiken hochkommen können. Ist nicht alles Gold, was glänzt. So, auch wenn wir hier diesen Neuanfang haben, auf irgendeine Art und Weise kann es natürlich sein, dass es hier gewisse Herausforderungen gibt mit dir, mit anderen, wo gewisse Schattenthematiken angetriggert werden. Gewisse Ego-Thematiken oder Abhängigkeiten, Süchte auch eine Möglichkeit, wenn es Abhängigkeiten sind. Es kann sein, dass hier du das Gefühl hast, hey, ich bin nicht so ganz frei, das zu tun, zu machen, wie ich es gerne machen würde. Vielleicht, weil etwas anderes oder jemand dich kontrolliert. Das können deine eigenen Gedanken sein, das können deine eigenen limitierenden Glaubenssätze, Verhaltensmuster etc. sein. Das könnte jemand anderes sein, der limitierende Glaubensmuster und Verhaltensweisen hat. Aber irgendwie dieses Gefühl von, ah, etwas anderes hat hier die Kontrolle. Ich bin eingeschränkt, ich fühle mich nicht ganz frei hier. Mit dem Eremiten wirst du in den nächsten drei Monaten dabei sein, dich von etwas zurückzuziehen. Du wirst vielleicht mehr Zeit alleine verbringen. Du wirst dich irgendwie zurückziehen, dich abgrenzen, in die Stille gehen, in die Meditation gehen. Es kann sein, dass du eine sehr, die nächsten drei Monate, ich rieche übrigens Lakritz. Also Leute, ist jemand Lakritz von, es ist so abgefahren, habe ich noch nie, ist mir noch nie passiert, dass ich Lakritz wahrnehme. Mag jemand von euch Lakritz? Ist jemand gerade Lakritz? Wenn ja, lass mich das bitte wissen, weil ich jetzt schon zweimal diesen Geruch wahrgenommen habe und mich jedes Mal wirklich so ein bisschen umdrehe und denke, kann es von unten kommen? Nee, aber eigentlich ist hier niemand im Haus, der Lakritz mag. Ich glaube, da war es schon wieder. Oh, ist das abgefahren. Ich habe auch noch nie, also manchmal riecht man ja gewisse Parfüms, hat man das Gefühl, aber ich habe noch nie Lakritz gerochen. Leute, lasst es mich bitte wissen. Wer von euch ist Lakritz? Was hat Lakritz für eine Bedeutung für dich? Vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Gesagten hier. Der Eremit sagt, dass du in den kommenden drei Monaten dich von etwas oder jemandem zurückziehst, Zeit alleine verbringst, vielleicht dich vermehrt spirituellen Thematiken zuwendest, deiner persönlichen Weiterentwicklung, deiner spirituellen Weiterentwicklung zuwendest oder dass du sehr, sehr viel lernen wirst, vielleicht darüber, dass du dich von etwas oder jemandem zurückziehst oder mehr Zeit alleine verbringst. Ich habe das Gefühl, du bist in den kommenden drei Monaten auf so einer Selbstfindungsphase oder auf so einer Findungsphase, auf gewisse Art und Weise. Was liegt im Außen? Harmonische Partnerschaften und Beziehungen, zwei der Kelche. Es kann sein, dass du all dies mit einem Partner machst, der auf Augenhöhe ist. Ihr teilt euch die gleichen Gefühle, das ist sehr harmonisch, die gleichen Ziele, die gleichen Visionen. Dein Umfeld, in dem du bist, könnte gleichzeitig sehr harmonisierend auf dich wirken. Auch wenn du nicht in einer Beziehung bist, wobei für einige ein Neuanfang in einer Beziehung, ein Neuanfang, eine neue Beziehung, ein Neuanfang innerhalb einer Beziehung. Hier sehen wir die Beziehung als sehr harmonisch an. Das wäre für sehr, sehr viele, habe ich das Gefühl, der Fall. Für diejenigen, wo das nicht der Fall ist, wo du nicht in einer Beziehung bist, haben wir hier aber, dass dein Umfeld auf dich harmonisieren wird. Was sind deine Hoffnungen, Ängste und Wünsche? Es gibt irgendwas bezogen auf die Vergangenheit. Du hast Erinnerungen an die Vergangenheit, Nostalgie, Erinnerungen an die Kindheit. Das könnte sein, dass du hoffst, dass etwas oder jemand aus der Vergangenheit zurückkommt. Vielleicht hoffst du, die Vergangenheit loslassen zu können. Oder deine Hoffnungen, Wünsche und Ängste drehen sich auf irgendeine Art und Weise um die Vergangenheit. Du denkst über irgendwas nach aus der Vergangenheit. Bist da vielleicht sehr nostalgisch. Vielleicht erhoffst du oder ein Teil von dir könnte sich erhoffen, dass du irgendwas wiedererlebst oder nochmal erlebst, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Oder dass ein Gefühl aus der Vergangenheit, was du mal empfunden hast, dass das wiederkommt. Vielleicht auf andere Art und Weise, aber irgendwie, ich sehe dich hier sehr verträumend, was die Vergangenheit oder Emotionen und Gefühle bezogen auf die Vergangenheit angeht. Ja, wir haben hier den Ausgang, also die fünfte Erschwerter. Damit lasse ich dich nicht raus. Es gibt hier nochmal Konflikte, die auf dich zukommen. Das Spannende ist, dass wir den Teufel haben und dann die fünfte Erschwerter. Das kann jemand sein, der sehr egoistisch ist, bis hin zu narzisstisch. Es kann einfach sein, dass es da jemanden gibt, der dich irgendwie kontrolliert, manipuliert, einen Vorteil verschaffen möchte. Pass da ein bisschen auf mit den fünften Erschwertern und dem Teufel. Warum sage ich das in der Kombination? Weil wir im Prinzip Vergangenheit, Hauptenergie haben, Entwicklung, Entwicklung. Das heißt, von dem einen geht zu dem nächsten, zu dem nächsten. Also da passt da ein bisschen auf. Mit den fünften Erschwertern können es auch einfach Konflikte sein, die nicht wirklich überwunden werden oder jemand möchte Recht haben um jeden Preis, gewinnen um jeden Preis. Das kann sehr zerstörerisch sein. Und es kann sein, dass das auf eine Entscheidung hinausläuft. Es kann sein, dass das eine Situation ist, die was mit Karma zu tun hat, mit einer Lernaufgabe, wo es sein kann, dass es für dich wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Unterliegend ist die Königin der Schwerter hier. Das heißt, was in den kommenden drei Monaten stattfinden wird, ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Kommunikation. Kommunikation, die vielleicht auch zum Teil sehr unverblümt ist. Also Kommunikation, die vielleicht auch sehr harsch sein kann. Hey, das sind die Fakten der Realität, das ist die Wahrheit. Oder es kann eine gute Freundin sein. Eine Königin der Schwerter kann eine gute Freundin sein, die sagt, du hörst zu, Zwilling, so und so sieht es aus. Du willst es vielleicht nicht wahrhaben, aber das Problem kam jetzt schon so oft irgendwie vor. Und auch wenn es natürlich, die Sache ist natürlich, die Ratschläge von außen sind natürlich insofern immer schwierig, weil wir selber durch die Erfahrungen gehen müssen, um zu gewissen Punkten selber anzukommen. Wenn wir nicht selber ankommen an der Erkenntnis, dann kann unser Umfeld, so lieb die das meinen, noch so viel reden. Wir müssen in uns an einen Punkt kommen, wo wir in der Lage sind, gewisse Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, Sachen und Dynamiken zu verstehen. Aber die Königin der Schwerter möchte dir dabei helfen, in die Klarheit zu kommen über das Gespräch. Es kann auch sein, dass du selber die Königin der Schwerter bist und in den kommenden drei Monaten sehr viel und sehr klar kommunizierst. Das geht, das geht nicht. Dazu bin ich bereit, dazu bin ich nicht bereit. Und der Tipp für dich ist hier der Neuanfang. Also absolut hier, was auch immer der Neuanfang, das Angebot etc. ist, wage den Sprung ins Unbekannte. Sage Ja dazu, sei mutig, gehe neue Wege. Ja, und dann haben wir noch die schöne Karte, die da rausgefallen ist, die sieben der Schwerter. Ja, ich habe das Gefühl, ach da, eins, zwei, drei Karten, sei ein bisschen vorsichtig mit Manipulation. Ich kriege hier eine Manipulationsenergie. Jemand, der vielleicht nicht gesehen werden möchte, dass er oder sie sich einen Vorteil verschaffen möchte. Entschuldigung, das muss nicht zwingend, das muss nicht zwingend, das muss nicht zwingend Manipulation in dem Sinne sein oder Narzisst in dem Sinne sein. Ja, aber ich habe das Gefühl, irgendjemand möchte hier nicht gesehen oder versucht irgendwas zu verdecken. Ich meine, die sieben der Schwerter könnte letzten Endes für dich als positives Merkmal sagen, hey, Zwillinge, du brauchst eine Strategie hier. Weil wir aber den Teufel hier haben und weil wir die fünfte Schwerter hier haben, würde ich sagen, pass ein bisschen auf, irgendjemand, den du in den nächsten drei Monaten begegnest, der ist vielleicht sehr gut in der Kommunikation, lullt dich vielleicht irgendwie ein oder irgendwas. Und wenn es nicht eine Person ist, dann kann es sein, dass hier, aber lullt dich ein, kommt aber mit eigenem, mit einem Eigeninteresse. Jetzt haben wir alle immer ein Eigeninteresse und alles, was wir tun, hat auf irgendeine Art und Weise einen Nutzen für uns, ansonsten würden wir ihn nicht tun. Und wenn es darum geht, dass wir das Gefühl haben, dass wir dann ein guter Mensch sind und dass wir dann besser sind, nicht besser als andere, sondern einfach nur, dass wir sagen, oh, das gibt mir ein gutes Gefühl, aber es ist ein Eigeninteresse. Also das heißt, wir machen grundsätzlich, der Mensch macht sehr, sehr viele Dinge, Dinge in der Regel aus einem Eigeninteresse heraus. Das heißt, das an sich muss noch nicht mal etwas Schlimmes sein. Ich habe nur das Gefühl, dass hier irgendwas ist, was du nicht sehen kannst. Vielleicht auch einen Haken, den du nicht sehen kannst. Welcher da, und das muss nicht eine Person sein. Lass mich das formulieren. Es kann sein, dass hier eine Situation ist, die sehr verlockend ist, wo du sagst, oh ja, das will ich wirklich haben, das will ich wirklich machen. Da ist aber ein Haken dabei, den du jetzt noch nicht sehen kannst, wo dann mit den Fünfterschwertern da so ein Konflikt auf dich zukommt, dass du doch noch mal eine Entscheidung treffen musst. Das kann das sein. Also du musst nicht zwingend auf eine andere Person hinweisen. Also sei jetzt nicht paranoid, was andere Menschen angeht, so zwingend. Aber ich habe das Gefühl, hier ist noch irgendwas. Sei wachsam. Deine Hingabe wird getestet. Bedeutet im Prinzip, willst du das wirklich? Natürlich, was bedeuten kann, dass du sagst, ja, ich will das wirklich. Erdsternaktivierung, Verankerung. Da bin ich gleich gespannt, was hier unser geliebtes Lenormand sagt. Verankerungen, schauen wir uns an. Geerdetes Handeln. Ich habe das Gefühl, das ist wichtig. Und haben wir das nicht gerade hier gesagt? Na, du bist sehr pragmatisch irgendwie, das ist gut. Aber behalte dir das bei. Bleibe auf den Boden der Tatsachen, der Fakten, der Realität. Geerdetes Handeln ist jetzt wichtig, um Stabilität und Sicherheit zu integrieren. Es wird hier noch mal in den kommenden drei Monaten einen Test geben, wo deine Hingabe getestet wird. Was das bedeutet ist, dass das Universum dich noch mal fragt, hey, willst du das jetzt wirklich machen? Wenn du dann sagst, ja, es ist fast so wie, manchmal muss man drei, es gibt ja diese magische Zahl, drei. Manchmal muss man dreimal etwas sagen, dreimal etwas bestätigen, um wirklich zu sagen, ja, ich will das, ja, ich will das, ja, ich will das. So was könnte das hier noch mal sein. Und jetzt bin ich hammermäßig gespannt auf das Lenormand. Vor allem auch, wo der Fuchs steckt. So, weil ich das Gefühl habe, der Fuchs kann uns hier noch mal Informationen geben über diese Situation, die sich hier rauskristallisiert hat. Ob das eine andere Person ist oder ob das einfach nur ein Haken an der Sache, Situation ist. Ich bin mega gespannt, was sich hier zeigt. Warum machen wir das Lenormand jetzt aufgrund dessen, dass wir mit dem Lenormand noch mal über Beziehungen, Beruf, Finanzen, Liebe und alles, was sonst noch wichtig sein wird, in deinem Leben mehr Informationen bekommen im Detail. Das machen wir wie immer in der Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Unter diesem Video findest du die Infos, die Links in der Infobox. Bleibe gerne noch mal ein paar Minuten dran, weil wir schnuppern jetzt schon mal in die Erweiterung. Hallo, lieber Zwilling und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir uns jetzt die kommenden drei Monate im Detail anschauen. Also starten wir mit den Karten. Ich habe, wie du sehen kannst, die eine Karte, die sich von dem Leitzieher Taro reingeschlichen hat, hier im passenden Sinne des Wortes liegen, liegen lassen haben aufgrund, liegen lassen haben? Ja, ich habe sie liegen gelassen, so rum. Aufgrund dessen, dass ich da gerne noch mal schauen wollte, was es damit auf sich hat, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es irgendwas gibt, was du nicht sehen kannst. Und es könnte zusammenhängen mit einer Person, wo es noch mal Konflikte geben könnte, die dazu führen, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Also, Zwillinge, die nächsten drei Monate. Ey, Leute, ey, eine Millisekunde, bevor ich das gezogen habe, dachte ich, na, ob wir mit dem Fuchs auch starten, weil das ist die gleiche Karte. Das ist die Karte, die ich unter die Lupe nehmen wollte. Ey, und dann auch noch mal den Wolken dahinter. Und was haben wir hier? Ah, die Schlange. Ich sage es dir, ich habe das Gefühl, es gibt hier, schauen wir gleich mal, was hier noch liegt und worauf der gespiegelt ist. Ich habe das, ja, hier die Bestätigung. Mit irgendwas bist du unsicher. Ich habe das Gefühl, hier jemand hat eigene Motive, die er oder sie versucht zu verdecken. Um auch hier, auch Schlange kann Manipulation sein. Hm, guck mal, da ist deine Karte dran. Hm, ich glaube jetzt mal nicht, dass es was mit dir zu tun hat, Zwillinge, dass du die Person bist. Äh, als Crosswatcher magst du vielleicht anderer Meinung sein hier. Ähm, und wir sehen, da ist eine Belastung. Irgendwas belastet dich hier. Ähm, und guck mal, die Unklarheiten fallen auf das Thema, ähm, Beziehungen. Ähm, oder eine Beziehung. Und das Ding ist, wir sehen im Außen eine harmonische Partnerschaft, eine harmonische Beziehung oder eben, dass dein Umfeld dich, äh, harmonisiert. Aber es gibt auch, und wir sehen Superkarten um die Beziehung an sich herum. Das heißt, das muss noch was anderes sein, was hier eine Rolle spielt. Ähm, der Fuchs ist gespiegelt auf die Lirien. Kann jemand aus der Familie sein oder ein älterer Mann sein. Hm, kann was zu tun haben mit der Arbeit. Ah, guck mal, da ist die andere Person. Ich führe dich gleich einmal durch, was die Karten bedeuten. Gucken wir mal, was auf der anderen Seite ist. Und zwar hier, Veränderung. Hm, hm, hm. Und im Hause, ah, das kommt aber ans Licht. Ich führe dich. Wir sehen uns ja nicht. Ich führe dich. Untertitelung des ZDF, 2020